Jetzt geht's los. So, nur noch ein paar. Tatsächlich ins Einpacken. Und dann haben wir's. Das ist ja total locker. Ja, sicher merke ich, dass das total locker ist. Moin Moin. Ja, Moin. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir wieder mal unterwegs. Wir verlassen dieses triste Wetter und fahren in der Schneegestöber. Ja, also unser Winterurlaub hat begonnen. Ja, ehrlich. Allerdings müssen wir erstmal noch ein bisschen, beziehungsweise die Chefe müssen noch ein bisschen arbeiten und mit dein Geld verdienen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Zirrendorf. Planend war's eigentlich alles anders. Wir wollten eigentlich ursprünglich nach Emmerich hoch und dann am Rhein lang, runter bis Koblenz und dann an der Rosen lang. Das machen wir jetzt anders. Jetzt machen wir das Ganze von unten her. Wir fahren jetzt erstmal nach Zirrendorf. Das ist komplett schräg alles. Aber komm, wir sind bis auf. Das macht doch nix. Das macht doch nix. Das ist alles künstlerische Freiheiten. Okay. Dann sind die Künstler unterwegs. Okay. Gut. Also wie das Wetter ist, Schiede. Schiede-Wetter würde man im Norden sagen. Und jetzt fahren wir halt nach Zirrendorf. Das ist ja bei Nürnberg. Da soll es noch nicht so schneebelastet sein. Und dann sollte es weiter gehen nach Oberstaufen. Aber dann schauen wir dann mal noch. Weil da ist ja doch ein bisschen mehr Schneebel. Ja. Ich muss da aber hin. Ja. Jetzt nix. Kannst ja hinlaufen. Nimm die Skali und mit Schlitten. Genau. Schlittenhut. Ach, die Wittenhut. Genau. Ist ja fast gedreht. So. Und dann, was machen wir denn grundsätzlich? Und dann? Wir haben ja jetzt Urlaub. Ja. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Genau. Aber ehrlich gesagt. Wir haben noch überhaupt keinen Plan. Das ist völliges Neuland jetzt hier für uns mit dem Wohnmobil. Und irgendwie, ja, sonst war immer ein Platz. Und dann habe ich am Platz geguckt, wo wir dann von da aus hinfahren. Aber jetzt muss ich dann gucken. Zeit ist vorbei. Schluss. Also das heißt, wenn er arbeitend ist, muss ich mich schon mal darum kümmern, wo es weiter geht. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt. Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Jetzt fangen wir erstmal zum Stellplatz. Ja. Der ist so circa noch vier Stunden weg. Schauen wir mal. Genau. Wenn wieder was Geiles passiert, halten wir an. Wir melden uns. Tschau. Mahlzeit. Pipipause. Nur für den Hund. Ja. Das ist ja auch das Schöne an so einem Wohnmobil oder Reisemobil. Geil. Kennt ihr das? Unterwegs. Schön, Fredellchen. Von früher noch. Ja, aber zu Hause immer. Geil immer. Meine Eltern. Camping immer. Man braucht keinen Parkplatz mehr anzufahren mit Sanitäranlagen. Man hat ja alles mit. Das ist richtig schön. Das ist ein großer Vorteil. Der Hund geht auch wieder gut. Ja. Fährt nicht so gerne Auto. Aber ist schon deutlich besser geworden im Wohnmobil, oder? Ja. So. Wir buttern mal eben noch zu Ende und dann geht es weiter, oder? Die sehen lecker. Bis gleich. Der SPD-Politiker sagte dem Bild am Sonntag. Für den 2018 würde es nur einen Steuer überschreifen. Derrésler. Der schweil. DerITAre. Wir machen wieder mit der này. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg zu dem Wohnmobilstab. Der Stellplatz ist ein bisschen tricky hier. Links abliegen auf Anhöbung, danach befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Hier links. Oh, das war da. Die Freude ist unter dir. Das ist nicht der richtige Weg. Dann nehmen wir auf der 1. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ui, dunkel. So, angekommen. Am Stellplatz... Kadolzburg. Kadolzburg. Gefunden bei Park von Eid. Ist ein bisschen dunkel jetzt, oder? Wir haben ja gar kein Licht hier. Das war mein Stichwort. 480 Kilometer ungefähr. Und wir machen jetzt hier unsere Einpackeroutine. Strom ist dran. Gas ist an. Strom ist dran. Gas ist dran. Auf Keile stehen wir hier ein bisschen abschüssig nach vorne. Der Hund hat auch sein Plätzchen. So, okay. Also, bis hierhin erstmal. Den Stellplatz selber. Ist okay. Ja, stelle ich in einem separaten Video vor. Ja, genau. Machen wir nochmal so. So, dann haben wir jetzt mehr Zeit. So, Käffchen machen wir jetzt. Und dann... Ja. Ist schön. Genau. Bis denn. Moin, moin. Ja, Mensch. Gestern war ein bisschen, äh... Ja, noch, glaube ich, die Suppe gezeigt. Äh, äh... Linseneintopf, so. Und dann war auch schon Schluss bei uns, ne? Ja. Ich war ganz schön im Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja auch die ganze Welt gefahren. Ja, nur, ähm... Hat doch viel gerechnet unterwegs. War nicht so schön zum Fahren. Ja, gestern nur noch gegessen. Tatort geguckt. Und dann ab und in die Haiermupfel. Ja. So. Euer Tag. Moin, habe ich schon gesagt, ne? Wie war die Nacht? Gut. Also, beim Park4Night sagen wir ja viel über den Campingplatz... Äh, über den Stellplatz. Über den Stellplatz, dass die Glocken hier so extrem läuten, jede Stunde. Ja, aber... Aber nur bis abends 22, 23 Uhr. Danach nicht mehr. Und dann morgens erst wieder. Entweder um 6 oder um 7, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber es ist zu ertragen, also es ist jetzt nicht so... Nein, aber sollte man sagen, wenn es stört, ähm, wer da sehr empfindlich ist, der Platz ist dann auch nichts für den. Ne, wobei der Platz eigentlich schön ist, so. So, heute Nacht 4 Grad plus, ruhig, absolut, also vom Verkehr her total ruhig. Und, ja, Parkplatz, ja, Parkplatz mit Stellplatz. Zeige ich ja später nochmal, wie ja gesagt. Äh, ich habe gut geschlafen. Ja, ich auch. Das ist fein. Der Hund hat auch gut geschlafen, ne, Maus? Mhm. So, ich habe jetzt allerdings gleich noch einen Termin. Ich lasse mich vom Schatzi hinbringen. Ja, der Geld muss ja auch reinkommen. Und was du so den ganzen Tag über machst, weiß ich nicht. Mal schauen. Vielleicht macht es ja die Kamera an, dann würden wir es wissen. Also, ähm, bis dahin erstmal, ne? Wir frühstücken jetzt erstmal und dann lassen wir den Tag beginnen. Genau. Tschüss, Schatz. Tschüss. Ja, du hast wieder einen vergessen. Aufnahme zu drücken? Nein. Was habe ich denn vergessen? Sampf. Ah, Sampf. Sampf.